Ali Ackmann ist ja praktisch das gleiche in grün, nur dass Ali Ackmann schon einen Ticken älter ist. Er ist 19 Jahre alt, war aber auch von halb Europa gejagt worden und wechselte dann schlussendlich zur Eintracht. Hat den Vorteil natürlich schon, dass er sich hier schon akklimatisieren konnte, drei Monate ohne groß im Fokus zu stehen, ohne Druck zu haben. Konnte die Mannschaft schon kennenlernen, Ali Ackmann und auf ihn bin ich auch sehr gespannt. Ist jetzt kein klassischer Stürmer, ist ja auch mit 1,73 m klein gewachsen eher, aber sehr quirlig. Ist eher so einer, der vielleicht so ein bisschen hinter den Spitzen spielen kann oder auch mal in die Spitze gehen kann. Ali Ackmann, der ja bei Bursa Spor, ja muss man schon sagen, sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Es ist zwar in Anführungszeichen nur zweite Liga Türkei gewesen, aber in 18 Spielen zehn Tore und drei Vorlagen sprechen auf jeden Fall für den sympathischen Türken, der hier und heute mit Zopf aufläuft. In der schwarzen Gruppe aktuell. Genau, hier rechts unten am Bildrand gewesen eben gerade. Ich würde fast behaupten, das ist so ein klassischer Ben-Manga-Transfer. Du hast gerade gesagt, zweite Türkei. Ali Ackmann ist ja praktisch das Gleiche im Grün, nur dass Ali Ackmann schon einen Ticken älter ist. Er ist 19 Jahre, war aber auch von halb Europa gejagt worden und wechselte dann schlussendlich zur Eintracht. Hat den Vorteil natürlich schon, dass er sich hier schon akklimatisieren konnte, drei Monate ohne groß im Fokus zu stehen, ohne Druck zu haben. Konnte die Mannschaft schon kennenlernen, Ali Ackmann und auf ihn bin ich auch sehr gespannt. Ist jetzt kein klassischer Stürmer, ist ja auch mit 1,73 m klein gewachsen eher, aber sehr quirlig. Ist eher so einer, der vielleicht so ein bisschen hinter den Spitzen spielen kann oder auch mal in die Spitze gehen kann. Ali Ackmann, der ja bei Bursa Spor, ja muss man schon sagen, sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Es ist zwar in Anführungszeichen nur zweite Liga Türkei gewesen, aber in 18 Spielen zehn Tore und drei Vorlagen sprechen auf jeden Fall für den sympathischen Türken, der hier und heute mit Zopf aufläuft. In der schwarzen Gruppe aktuell. Genau, hier unten am Bildrand gewesen eben gerade. Ich würde fast behaupten, das ist so ein klassischer Ben-Manga-Transfer. Du hast gerade gesagt, zweite Türkei. Und also hat er ja nicht umsonst, wie war der Spitze nochmal nochmal, R Ragnar oder sowas? Ja, ja genau. Also der bringt die körperliche Robustheit mit da vorne, wirklich Akzente zu setzen und hoffen wir, drücken wir wirklich bei ihm fest die Daumen, dass er diese Saison weniger Verletzungen hat, als es in der letzten Fall war. Jetzt haben unsere Hase- und Igelgruppen mal so ein bisschen die Rollen getauscht. Also Team Schwarz darf sich jetzt ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausruhen, aber darf mal durchpusten. Team Weiß ist jetzt hier gerade in der Mitte, Team Blau, Entschuldigung, und muss den Ball nachjagen. Da sehen wir dann zum Beispiel. Es ist immer 6 gegen 3 auf jeden Fall in diesen Feldern. In dem Fall jetzt 6 Weiße gegen 3 Schwarze. Ja, beziehungsweise es wechselt dann tatsächlich immer, wer den Ball jagen muss. Genau, im Endeffekt weiß hat jetzt eben gerade den Ball, konnte den Ballbesitz nicht ausspielen in dieser Gruppe. Und deshalb müssen sie sozusagen der Jäger sein. Jetzt spielt Gelb den Ballbesitz gut aus, wechseln das Feld und somit müssen die anderen 3 Weißen also weiterhin jagen, bis sie den Ball irgendwie aus dieser Box rausgekriegt haben. Sieht nicht so aus, als würden sie es jetzt schaffen. Jetzt wird gleich Blau den Felderwechsel übernehmen. So ist es. Blau wechselt das Feld und die nächsten 3 Weißen. Jetzt ist er geklärt und somit also ist Schwarz der Jäger. So ist das Grundprinzip dieses Spiels. Wir haben ja schon gesagt, Oliver Glasner, der fordert auch ganz gern mal das Hirn, nicht nur den Körper. Das sehen wir hier schon als Paradebeispiel sozusagen. Also da brauchen wir selbst als Zuschauer einen Moment, um da erstmal mitzukommen. Aber ja, man hat auch gemerkt, er erklärt die Übungen sehr intensiv, sehr ausführlich. Und ich glaube unsere Spieler, die werden schon relativ schnell dahinter kommen, was der neue Chefcoach von ihnen sehen will. Was ich bis jetzt von Oliver Glasner schon so ein bisschen als Unterschied vielleicht, er ist sehr lautstark auch auf dem Platz. Also Adi Hütter hat sich meistens eigentlich das Ganze angeguckt und hat dann unterbrochen und hat dann eigentlich interveniert. Oliver Glasner macht zumindest in den ersten Minuten hier auf dem Trainingsplatz so den Eindruck, dass er auch während sozusagen der Spielform schon viel mit korrigiert und mit anleitet. Also hier sehen wir es, ruft dann praktisch mitten rein. Er gilt als sehr akribisch, wo wir dann vielleicht wieder so ein bisschen bei seinem Vorvorgänger Niko Kovac eher sind. Und der war ja auch wirklich, der hat ja die Trillerpfeife nicht um den Hals hängen gehabt, der hat die ja quasi in der rechten Hand gehabt und hat nur darauf gewartet, wann er wieder reinpusten kann, um was zu unterbrechen. Also da ähneln sich die beiden sehr in dieser Akribie, sie sind sehr detailliert. Das geht natürlich darum, dass sich da gewisse Automatismen im Kopf einspielen, die dann im Laufe der Saison einfach abgerufen werden. Stichwort hier Schachbrettmuster auf dem Spielfeld, in welches Feld gehöre ich, wo muss ich stehen, welche Wege, welche Plätze muss ich zumachen als Abwehrspieler, wo muss ich hin verschieben als Offensivspieler. Ich glaube, das ist etwas, was er von seinen Spielern verlangt, dass wir die Nachts um ein relativ reiselustiger Verein waren in der Saisonvorbereitung. Die wird komplett hier in Frankfurt stattfinden. Vorbereitung daheim sozusagen. Genau, Vorbereitung daheim und kein Trainingslager. Andere Bundesligisten, die verreisen, wenn auch nicht ganz so weit, das ist auch aktuell ja noch gar nicht möglich. Aber Oliver Glasner und sein Trainerteam, auch in Absprache mit unserem neuen Sportvorstand Markus Krösche, die haben gesagt, nee, wir wollen uns alle hier auch mal kennenlernen. Wir wollen die Neuzugänge auch hier gut in der Stadt, in der Region integrieren. Und wir laden uns dann immer Gegner zu uns nach Frankfurt ein. Ja, also kurze Wege. Und ja, das heißt, wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen des Öfteren hier aus dem Frankfurter Stadtwald an euch wenden. Weißt du ja nicht, dass die Jungs kein Gas geben. Also ich habe den Vorbereitungsplan tatsächlich mal gesehen. Also da wird selten einmal am Tag tatsächlich trainiert. Also Oliver Glasner ist ein Fan von zwei Trainingseinheiten an einem Tag. Und ja, da werden also die Körper gestählt für die neue Fußball-Saison 21-22. Ja, einen Neuzugang haben wir noch gar nicht besprochen. Den Keeper, der beim Torwarttraining gerade ist. Diant Ramay, das ist der letzte von den vier der Zeit. Werden, so gehe ich mal davon aus, gesund und munter durch die Vorbereitungsphase kommt. Jan Zimmermann, unser Torwarttrainer, der hat Diant Ramay in den höchsten Tönen gelobt bei seiner Vorstellung. Er hat gesagt, er beobachtet den Weg des Nachwuchs Keepers schon lange, lange Zeit. Kommt ja ursprünglich so aus der Talentschmiede des VfB Stuttgart. Und ja, wie du schon gesagt hast, auch schon für die deutschen Auswahlmannschaften aufgelaufen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall auch wieder ein Transfer gewesen. Auch Richtung Zukunft geschaut. Fast alle, ne? Wenn man überlegt, da hast du einen Blanco, der ist 17. Dann hast du einen Ramay, der ist 19. Dann hast du noch einen... Nur Lenz ist über 20, kann man das eigentlich sagen. Also bislang nur ein Neuzugang über 20. Da blitzt natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Transferphilosophie von Markus Krösche auch durch. Die natürlich auch aus seiner Leipziger Zeit, aus seiner Paderborner Zeit stammt. Da wird immer viel Wert auf junge, entwicklungsfähige Spieler gelegt. So ist das ja auch bei uns. Das ist ja so ein bisschen das Ziel auch von Ben Manga. Es sollen Werte geschaffen werden. Und das haben wir diesen Sommer auf jeden Fall mal wieder bewiesen. Eine extrem junge oder eine extreme Verjüngung unserer Mannschaft. Ja. 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 Ja.